Herzlich willkommen zu einem neuen Video, heute wieder mit Broker Finmax und meinem Kleinkonto. Ich habe mit 1021 Euro angefangen, inzwischen bin ich bei 1650,53 Euro. Das entspricht einem Gewinn von 629,53 Euro. Ein durchschnittlicher Tagesgewinn von 69,95 Euro. Ich schaue mir die Wirtschaftsdaten von heute an. Wir haben einen wichtigen Feierdach, US-Dollar. Wir hatten wichtige News im Euro-Raum. Das war's. Als nächstes suche ich mir ein Trade nach meinen Einstiegskriterien im Metatrader 5. Ich beginne mit 25 Euro, dann 63, 158 und so weiter. Durch die Feiertage in den USA ist relativ wenig los. Ich mache zwischen 2 und 5 Trades. Und hoffe, dass ich schnell einen geeigneten Trade nach meinen Einstiegskriterien finde. Euro-US-Dollar sieht nicht schlecht aus. Das müsste aber noch ein bisschen steigen. Das müsste aber noch ein bisschen steigen. Der wird mir bei den Scheisskriterien bildungslos. Die Arten wird in den USA eiste in den USA schütttern. Das müsste ich Ihnen ein paar Sachen spielen. Die Erhöhung des Erhöhung des Erhöhung des Eingrens. Das ist meine Erhöhung des 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 Erhung des Erhebergfels. Untertitelung des ZDF, 2020 Ich steige ein und gleich nochmal. Aktuell sind beide Trades im Gewinn. Ich mache dann noch einen Screenshot für den Mitgliederbereich. Das ist eine schöne lange Kerze. Das ist eine schöne lange Kerze. Das ist eine schöne lange Kerze. Ich steige dann nochmal ein. Das ist eine schöne lange Kerze. Das ist eine schöne lange Kerze. Das ist der Trade im Gewinn, der zweite Trade im Pad. Dieser Trade ist jetzt deutlich im Gewinn. Der sinkt noch weiter. Wir haben jetzt 1686 Euro und 53 Cent. Das sind dann 36 Euro Gewinn. Wer sich meine Strategie sichern möchte, kann noch bis 31.12.849 bzw. 749 Euro sparen. Ich wünsche allen ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.